guten morgen damstag vor am dritten advent 16 dezember und meine 16 habe ich auch schon rausgesucht die machen wir gemeinsam auf ich weiß es schon und du kennst du dich im katalog schon so aus dass du das schon nebenbei guck mal die kann man so schön halten sehr schön da freue ich mich genau und schau mal hier habe ich sogar tatsächlich die tüte davon goldfarbene klemmen guck mal hier zwar zwar bestimmt nicht beabsichtig aber ich habe es trotzdem ich habe eine perle ich habe eine perle da siehst du sie da eine perle jetzt wird scharf hier hier gucken ich habe eine perle da ich habe ein sondergeschenk jawohl ja vielen lieben dank und für euch einen tollen samstag bis morgen